Guten Tag liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Sonntag, der 4. Oktober. Das ist jetzt endlich der 27. Sonntag im Jahreskreis. Und diese Erinnerung an die falsche Ziffer gibt mir noch eine Gelegenheit zur Korrektur. Die kleine Teresa vom 1. Oktober, wo ich gesagt habe, die kam nie aus ihrer nordranzösischen Heimat raus. Also das stimmt mit einer spektakulären Ausnahme nicht. Als sie 14 Jahre alt war, hat sie sich einer Romfahrt angeschlossen. Ist vor den Papst vorgedrungen und hat ihm gesagt, dass sie jetzt ratzfatz in den Kamel eintreten möchte, obwohl das kanonische Alter bei 16 lag. Also das nochmal zur Durchsetzungskraft dieser kleinen Granate, die auch wirklich gewesen ist. Heilige Theresia von Lisieux. Aber heute ist der heilige Franz von Assisi am 4. Oktober. Der wird auch verschluckt vom Sonntag, aber den vergessen die Menschen trotzdem nicht. Ganz viele feiern heute ihren Namenstag und den gratuliere ich von Herzen vor allem unserem emeritierten Bischof Franz Kamphaus in Aulhausen. Aber auch vielen anderen. Alles was ist, wie groß und gut es sei, besteht seine Zeit, erfüllt seine Zwecke und geht vorüber. Tue erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Alte Freunde sind wie alter Wein. Er wird immer besser und je älter man wird, desto mehr lernt man dieses Unendliche gut zu schätzen. Also das finde ich mit Staunen, ehrlich gesagt, bei den Zitaten des heiligen Franz. Hoffentlich stimmt es. Hoffentlich hat er das wirklich gesagt. Und wenn nicht, sagt man in Italien, se non è vero e bene trovato. Wenn es nicht wahr ist, dann ist es gut erfunden. Vor allem das mit den Freunden. Das kann ich mir vorstellen, dass er auch älter werden musste, um das zu lernen, weil die Radikalität seiner Jugend war groß. Und dann sind ihm aber Freunde geblieben und Freundinnen, die Clara auf jeden Fall. Und ich kann ihm das nachfüllen und kann es auch aus meiner Erfahrung bestätigen. Gute Freunde mit belastbaren Freundschaften und großem Vertrauen ist ein wunderbares Gut. Die zweite Lesung aus dem Philippabrief, die spricht in diese Richtung. Schwestern und Brüder, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Bei dieser Stelle aus dem Philippabrief macht mir Eindruck, dass der heilige Paulus in der Mitte so aus der rein theologischen Erwägung und von den göttlichen Tugenden auch weggeht und den Kreis größer zieht und auf Eigenschaften zu sprechen kommt, die er bei seinen Christen sehen möchte, die mehr mit, ich will mal sagen, allgemeinem Anstand oder sozialer Intelligenz oder das, was gute Leute auch außerhalb des Christlichen zu Wege bringen. Und das möchte er, dass seine Christen auch so sind. Und ich mache mir diesen Rat zu eigen und versuche das bei mir selber. Denn was nützt der beste Kern, wenn die Schale nicht nur hart, sondern abstoßend ist? Dann bringt das alles nichts. Und das verbindet eben mit dem heiligen Franz, der von großer Liebenswürdigkeit gewesen ist und der etwas von der Güte und der Menschenfreundlichkeit des Erlösers auch auf die Straße gebracht hat. Und so sollen wir auch sein. Also was immer wahrhaft, edel, recht, lauter, liebenswert, ansprechend ist, tugendhaft und lobenswert, darauf lasst uns bedacht sein, damit die Menschen Freude daran haben, Christen zu sehen und vielleicht sogar Christen zu werden. Und den Segen aus dem Philippabrief, den gebe ich Ihnen heute mal richtig als einen Sonntagsegen mit ausgebreiteten Armen. Der Friede Christi, der größer ist als menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Und so segne euch mit einem fröhlichen Sonntag der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.